Wir haben eine Lichterkette! Wir haben zwei Lichterketten! Zwei Lichterketten! Wir haben zwei Lichterketten! Merchandise, Baby! Nippel auf Feuer! Bei Ratten macht man es ja so, dass man alle Nasen mal den Käfig ein bisschen umstellt, dass sich das Gehirn irgendwie arbeiten muss. Und bei uns ist das halt nicht seit Jahren der gleiche. Ich sollte mein Laufrad auf die Bühne installieren. Salz, Pfeffer darf nie fehlen, Messerkabeln, Tee, Milch und kleine Snacks so zwischendurch. Das nehme ich jetzt. Schaut, wie weich es zusammen geht, das ist eine gute Konsistenz für ein Brot. Dieser gar hässliche Hallenwurm da hinten war mein Arbeitsgeber. Kwa-zu-ka! 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 An-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Ah fuck, es waren die so und schnell übergestöpft und in die Arbeit gefahren. Fert nach Räucherwurst gerochen. Haben wir alle, haben wir auch die CDs verkauft und sind auf unsere Kosten gekommen, also auf null rausgekommen. Nein! Doch! Warte mal, haben wir danach einen Anschluss in Erfurt gespielt und es kam keine Sau? Ja! Habt ihr danach niemals wieder in Oberhausen gespielt? Ja, nein! Hattest Sie Raymond into Fame gebracht? Nein! Nein! Ladies and Gentlemen, das Backstagewerk Leer und Leer. Untertitelung des ZDF, 2020